Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, die Story haben wir in der letzten Folge abgeschlossen, aber wir haben unser Schiff noch gar nicht fertig und wir haben auch noch nicht alles erforscht, alles ausprobiert, alles gebaut, was wir haben wollten. Ich muss jetzt eben auch noch gucken, haben wir hier eigentlich alles so richtig gemacht mit einem Holz? Ja, hier haben wir alles richtig. Ja, gut. Und wir haben das hier ja auch letztens umgesiedelt gehabt. Die brauchen wir ein bisschen. Ach so, dass das Licht von oben. So, dann schauen wir mal, was wir hier jetzt alles gesammelt haben. Gesammelt haben wir ja ein bisschen schon was. Und waren jetzt kurzzeitig unter Wasser. Und wir machen mal auch unser Inventar, also unsere Lagerräume voll. Beziehungsweise ein paar Truen bräuchten wir ja noch. Da bräuchten wir Schrott, Seil, Scharniere. Und hier wollten wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dreizehn Truen werden wir brauchen. Für dreizehn. So, zwei, vier, sechs, acht, acht. Warte mal. Ja, das sind schon mal fünf. Komm, wir nehmen erstmal alle. Alles an Sprott, was wir haben. Alles an Planieren, was wir haben. Und Seile. Okay. Mehr schaffen wir erstmal noch nicht. Da bräuchten wir noch ein bisschen was. Dann packen wir erstmal alles wieder zurück. So, sonst haben... Ja genau, sonst haben wir nichts im Inventar dafür. Ah, wir sind schon hier gegengeknallt. So, dann wollen wir vielleicht sogar... Für Pallenblätter und so weiter hier... Wo war das Werkzeug? Hier war das Werkzeug. Nehmen wir das hier mit. Packen den dafür da rein. Den nehmen wir mit. Dann... Die Schaufel. Ja, kommt, das nehmen wir als Reserve mit. Und... Das nehmen wir auch nochmal mit. Beziehungsweise das hier auch noch. Das geht nicht so. Denn es kann sein, dass wir hier vielleicht sogar noch ein... Noch ein Türchen bekommen, finden. Und wir brauchen eine neue Axt, weil wir auch... Wir wollen unser Lager voll machen. So, für die Axt. So, für die Axt. Wo war denn das? Hier brauchen wir Seil. Wir haben kein Seil mehr. Ja, dann... Nehmen wir erstmal das, was wir finden. Was wir kriegen. Ja, eine Planke wenigstens. Ich hoffe, wir finden hier genug, damit wir uns eben eine neue Axt bauen können. So, die Blumen nehmen wir auch mal mit. So, die Blumen nehmen wir auch mal mit. Ja, Essen brauchen wir erstmal nicht. Ah, hier hinten muss das sein. Ja, hier. 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 Hier haben wir einen Schatz. So, aber Seil fehlt. Da haben wir nicht genug. Und sonst gibt's hier nix. So, rote Blumen brauchen wir erstmal nicht. Was haben wir hier? Gelbe Blumen. Ach, da kommen wir neben die ganzen Blumen auch noch mit. Dann haben wir wenigstens ein volles, eine volle Samenbaum hier. Und hier die weißen Blumen auch. Hier gelbe Blumen. Also, Rot, Gelb, Blau, Weiß und Schwarz gibt's hier nur von Farben. Und unter Wasser haben wir ja auch noch ein bisschen was. So, was können wir hier jetzt erstmal reinpacken? Das Holz. Hier haben wir nichts. So. Hier packen wir die Seile wieder rein. Leder haben wir nichts. Steiner. Hier haben wir die Samen. Machen wir so. Ja, das sind die Primärfarben und halt schwarz und weiß. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Wir hatten hier aber noch... So was, dann können wir nochmal eben zwei Seile machen. Dann brauchen wir... Nee, Schrott. Hier. Eins. Zwei. Ein Bolzen. Eine neue Axt. Und halt nur noch Planken. Also, Seile. So. Wo hatten wir die Blumen hingepackt gehabt? Packen wir die auch mal hier mit rein? Nee, hier. So, blau da hin. Gelb hier hin. Rot hier hin. Weiß hier. Und schwarz hier. Passt. Also, Werkzeug. Dann kann... Das wieder hier hin. Nee, das ist Waffe. Das kommt hier rein. Weil wir hier nicht attackiert werden, brauchen wir das nicht. Und die Schaufel kann auch... Erstmal wieder hier rein. So, einmal neu sortiert. Dann ist es wirklich nur... Hier die Bäume noch abholzen. Und hier die Fokusnuss noch rein. Ach, Heel ist noch da. Okay. Vielleicht auch nochmal unter Wasser alles einsammeln, was da gibt's. So, wir brauchen hier das Holz und die... Planken. Äh, die Fallenblätter meine ich. Den ganzen Schrott unter Wasser. Müssen wir auch noch mitnehmen, weil wir auch noch haben. Weil wir jetzt auch langsam anfangen... Hier... Hier... Unser Inventar komplett voll zu machen. Also, unsere Lagerbrie. So, Bruce ist jetzt auch nicht in der Nähe. So, hier rein. Hier rein. Also, Samenbank. Samenbank war... Hier. Und Werkzeug... Und Werkzeug... Brauchen wir jetzt... Erstmal nur noch... Die hier. So, und der Rest kann hier rein. Jo. Da ist Bruce. So, was ist das? Ja, genau. Bruce, danke. Ein Stein. Ja, okay. Nehmen wir trotzdem mit. Und Schrott. Wir nehmen einfach alles mit, was wir hier finden. Ja, danke, Bruce. Hier vorne sehe ich noch ein bisschen was. Am liebsten wäre mir jetzt eigentlich tatsächlich eher Ton oder Metalle. Beziehungsweise Kupfer. Ob wir hier unten auch Titan finden, weiß ich nicht. Vielleicht auch Sand. Hier haben wir Ton. Und schnell wieder hoch. Ähm, danke, Bruce. Ja, okay. Kurz abwarten. Vielleicht noch mal ein bisschen was trinken. Der Bruce geht mir aber echt auf den Sack. Und er wischt mich noch. Hatten Arsch. Jo, ich hoffe daneben, dass er auch so bleibt. Jo, wir gehen sofort hoch. So, gleich, wir wären sonst selber fast zum Hai-Happen geworden. So. Wo können wir... Was ist denn das? Einmal. Nützlich beim Melken. Haben wir noch ein Seil? Nein. Ähm. Ach, brauchst du sie umbenennen? Hm? Ach, brauchst du sie umbenennen? Die... Die wird mich erschlagen. Hier wird mich erschlagen. Ja. Ey, aber jetzt haben wir Milch. Können wir noch was trinken. Ich hab keine Ahnung, was ich mit der Milch jetzt machen kann. Pack die aber mal hier hin. Und... Ja, unten nochmal. Ein bisschen was einlagern. Sonst haben wir für hier jetzt nichts. Doch, Schrott haben wir auf jeden Fall schon mal genug. Nee, hier war kein Ton. Aber ich glaube, den Ton können wir auch hier mit reinpacken. Genau wie den Sand. Hier die Steine. So, mal schauen. Wegen denen. Die können wir vielleicht... Da oben. Hier können wir den nicht hinpacken. Okay. Aber dann pack ich das erstmal vielleicht... Hier rein. Und hier. Hier haben wir auch noch ein paar Mützen. Und auch noch ein paar Sachen als Trophäe, die wir hier noch... Als Deko hinpacken können. Sie wird mich erschlagen, wenn die Datte erwerbt. So. Werden wir uns mal den Fisch. Okay. Brauchen wir noch ein bisschen dann die Kartoffeln. Können wir uns auch nochmal hin. Ah, und wir haben hier wieder kein Wasser reingetan. Na super. Ich finde es aber schade, dass wir jetzt hier bisher kein Titanen gefunden haben. Jo, Bruce. Gehen wir noch weiter auf den Nerv. Dann haben wir hier nochmal... So, ein bisschen Luft holen. Ja, Bruce. Wir sammeln müssen wir hier auf jeden Fall noch jede Menge hin. Vielleicht lieber jetzt schon mal wieder aufs Schiff. Los, Bruce. Couch. Ja, Bruce geht mir jetzt richtig auf den Nerv. Aber okay, dann ist es halt so. Komm, den Ton nehmen wir mal lieber wieder hier hin. Genau, hier. Ah. Da ist schon in die... ...zweite Runde gegangen. Nee, hier waren die Steine. Die Muscheln haben wir jetzt auch mal zwei. Was können wir nochmal aus den Muscheln machen? Vogelnestmuscheln. Nee, wir machen nur eine. Dann brauchen wir... ...eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und nochmal sechs Flanken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann haben wir hier ein Vogelnest. Packen wir mal hier hin. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn der Vogel da ist. Dann brauchen wir jetzt aber eben noch... ...den nassen Ziegel. Hier, nasser Ziegel. Ah, Sand. Sand brauchen wir dafür. Also Ton und Sand. Ah, okay. Ja. Wir brauchen sehr viel Sand und sehr viel Ton. Dann können wir das hier erstmal zum Trocknen lassen. So, ich hoffe, Bruce lässt mich da hinten in Ruhe. Dass ich hier weiter... ...gucken kann unter Wasser. Nehmen wir auch nochmal alles mit. Bisher sehe ich jetzt gar nichts hier. Was wir brauchen könnten. Wir brauchen jetzt gerade wirklich alles. Am besten noch die Tarn. Okay, dann sind wir jetzt gleich schon wieder einmal rum in die Insel. Wir brauchen jetzt tatsächlich wahrscheinlich alles hier. In dem Bereich. Ja, alles hier. Und ich hoffe, Bruce ist nicht hinter uns her. Hier haben wir noch eine Muschel. So, Steine nehmen wir auch wieder mit. So, einmal kurz aufatmen. Oh. Ah, da ist Bruce. Oh, und da hinten sehe ich schon wieder Schrott. Ja, Bruce. Ich hau den irgendwann wirklich wieder kaputt. Ne, hier oben kriegst du mich nicht, hä? So, ich sehe jetzt aber keinen Sand mehr. Oder so. Und auch keinen Ton. Ach so, das ist mein Triffschirm. Bruce geht einem schon auch richtig auf den Nerv. Ach, da ist unser Anker. Autsch. Ne, wir gehen, wir gehen wieder weiter. So. Dann ist es auch egal. Okay, was ist gerade los? Okay, was ist gerade los? Von hier bekommen wir erstmal nichts mehr. Was ist hier los? Warum hängen wir hier fest? Ah, wir hängen hier wirklich irgendwo an dem Stein hier fest, hä? Der Stein war dran schuld. Okay. Ist jetzt aber nichts mehr so wichtig. Feder aufnehmen. Ah, wir hatten hier für die Fe... Alles klar. Hätte ich mal wissen sollen. Dass wir hier Federn bekommen. Dann hätten wir auch nicht die ganze Zeit Gulliver ausschalten müssen oder so, um mal an welche zu kommen. Hier kommen die hin. Wo hat man Ton? Hier. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Hier kommen wieder Schrott hin. Plastik. Holz. Und die Dinger. Und hier waren die Steine. Und hier der Kupfer. Und es wird wieder Abend. Nice. Hier haben wir auch wieder ordentlich was gesammelt. So, noch mehr Thun. So, wir brauchen... Komm, wir nehmen mal... Nee, wir nehmen mal die Elf mit. Dann Seile haben wir jetzt erstmal... Warte mal. Federn haben wir hierhin gepackt, hä? Dann kommen hierhin die Federn. Und hier die Seile. So. Was können wir hier reinpacken? Weiß ich nicht. So, Schrott haben wir hier. Nehmen wir mal 20 Stück. Dann brauchen wir Seile. So, eins, zwei, drei, vier. Ne, eins. Zwei. Drei. Vier. Das müsste jetzt erstmal reichen. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen erweitern, ausbauen. Und hier nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Brauchen wir hier nur noch sieben Thun, dann ist die Lagerhalle hier fertig, der Frachtraum. So, was haben wir jetzt unten alles? Müssen wir auch wieder ein bisschen abgesammelt haben. So. Voll zu Plastik. Dann haben wir die auch irgendwann allesamt voll. So, und nochmal Wasser von unten holen. Eigentlich hier, den Bereich können wir zumachen, weil wir jetzt hier gar nicht mehr hingehen. Nur noch, um Wasser zu holen. Oder hier, um Farbe zu machen. Apropos Farbe, wir müssen wieder Farbe machen. Damit wir hier auch vorankommen. Und wieder was essen. So, hier, was haben wir? Schönes gegartes, komm wir, wir nehmen mal das Fleisch. Und können das wieder reinpacken. Joa, und der Hegel geht gut. So, wo haben wir die nächste Insel? Sind wir schon dran vorbei. Aber egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ciao. So. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018